Wir müssen diese Tür öffnen, wenn wir die Gehe finden. Ja, aber erstmal wie wir uns was Adget kaufen müssen, was darf denn es gibt. Glücklich, da gibt es nichts, was ich hier brauche. Du kannst es trotzdem mitnehmen. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Du musst diese Tür öffnen, hm? Kann ich helfen? Ja. Klar. Hier geht's. Watch your fingers in the drawers. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay, here we go. Und dafür musst du jetzt helfen. Kids? No. You don't have a family? Uh... Plus... Oh, no, no, no. What do your parents do? My mom is a doctor, and my dad is an engineer. Those are good jobs. What's your job? I teach history and writing and things like that. Like, um, social studies? Yeah, like that. Wow. You didn't answer my question. Alright, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? Because they're dead. Oh, I'm sorry. You didn't know, huh? I'm just sorry for being mean. Look, my family's gone, and I just wish things would have been different. Yeah. I got into some trouble, and I didn't talk to them for a while. This used to be their store. But let's just keep that between you and me, okay? Okay. Because of the trouble? Yeah, that's right. Now, let's get this done. Yeah, so langsam werde ich ein bisschen müde. So um halb drei Uhr morgens. Jetzt haltet ihr gleich aufhören. Oh my God. I hurt my finger. Is it bleeding? A little. I'll find you a bench. Vielleicht in dem First Edgit, was da liegt. Oh, das Bild klingt immer auf. Oh, da bist ja du drauf. Nimmst deinem besten mit. Oh, ich sitze drauf. Find anything? Äh. Äh, das heißt. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? Uh, nine. I've been sticking to first names for a reason. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Thanks. Don't worry about it. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? Oh, my God. Halt bitte in die Schnauze. They'll, uh, track us down. Don't worry. Yeah. Okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie, in case they try that way. Stay close to me until then, okay? Ach ja. Kann ich da reingucken? Das würde ich ja zuerst gern machen. Guck mal, eine Fernbedienung. Die können wir doch... Es ist die Kamera für mein Vater. Ach so, willst du das Fernsehen gucken? Ich dachte eigentlich jetzt, dass wir die Batterien rausnehmen, um das Radio zu packen, aber... ...that's none of my business. That's what I figured. Es sind nur noch Batterien drin. Einmal. Einmal. Auf jeden Fall band jetzt schon? Ah, okay, das Cluster. Mein Bein war aufgeschnitten, aber okay. Was zurück. Okay, well, it's not broken. Let's have a look at that finger. How? Let's see if we can do something about it. Let's see if we can do something about it. Or... Does it hurt when I do this? A little... Not too much. You sure? Yeah. Let's get this cut covered now. Yes, please. Perfekt. Okay, haben wir jetzt alles hier hingekuckt? Ich denke mal schon, oder? Hier ist meine Apotheke rein. Okay. Dann machen wir es mal. Ist das... We need to track down the keys if we're going to help Larry. Wo sind denn die keys? Um... Dad told me he bought that TV to watch baseball in here. But I caught him watching his stories more than a few times. That's what I figured. Okay, und lassen wir jetzt. Mit... 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 Mit bei den Schlüssel, ne? Was ist das? Du bist nicht schlecht, oder? Ich... Warum hast du mich das gefragt? Die Frau sagte, du hast jemanden töten. War das, weil er eine der Dinge, die dich zu essen hat? Ach ja... Ich brauche den Schlüssel. Das ist das, was ich... Ich brauche den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Wenn... Ich brauche ihn bis 가서 gut in sind. Ja, ich brauche den Schlüssel. Ja, ich brauche den Schlüssel. that's ich brauche den Schlüssel. Okay, das ist man zu sein. Ich brauche dich hin zu이agen, dass ich sie hierzu nicht ver Loyalhe. Ich denke, es wird nur ein paar Tage, bevor das alles ausgesprochen wird. Wir sollten es nicht wegwerfen. Ich kann es nicht erreichen. Denkst du, du kannst nichts damit machen? Ja, ich war mit so etwas wie das, als ich ein Kind war, aber es gibt nichts mehr zu tun. Ich liebe meine Roboter. Ich glaube, er ist ein Nerd. Ich kann es nicht erreichen. Denkst du, du kannst nichts damit machen? Du weißt, was ich könnte? Was ist das? Nein, du kannst es nicht. Du kannst das einfach machen? Ich habe alle Kode, als ich im A.V. Okay. Lass uns das versuchen. Okay, und das bringt uns nichts, was sie an sind. Die Zombies kennen da hin, oder? Ich habe ein paar davon, um zu bemerken. Aber nicht genug. Ich kann es nicht erreichen. Ja, klar. Du musst einfach nur... Dein anderer... ...vergessen nicht. Dann können wir noch was machen. Ja, das ist eine heistige Fortifikation-Job da. Ja, das funktioniert nicht. Also, wir haben uns nicht mehr zu tun. Was haben Sie versucht in da und verwendet sich die Weapons zu? Ich habe, aber es war zu risiko. Und dann ein paar Leute kamen und sie versucht. Und was hat sich passiert? Ich glaube, sie sind die meisten der Leute, die sich auf dem Weg verletzten. Also, die Vier. Dieser Mann oben da hat die Geze. Wie kannst du sicher sein? Ich habe das in der Büro gefunden. Der Mann in der Fotos hat hier gearbeitet. Die Schläge auf ihm sind so gut und besser als wir können. Ja, ich glaube. Wir müssen einfach herausfinden, wie wir da rauskommen und sie holen. Vielleicht mit dem Zegelstein. Nein, nur ein paar Sekunden. Vielleicht gibt es einen Weg, um ihn zu entdecken. Vielleicht mit dem Zegelstein. Ich kann nur den Stock nehmen. Lass uns wieder rein gehen. Okay. Ich kann eigentlich auf jeden Schritt mitnehmen. Das ist bestimmt voll nervig. Warte, ich möchte eigentlich den Stock haben. Ich habe da gar keinen Familie mehr. Ähm. Hallo, ich möchte eigentlich den Stock jetzt nehmen. Hallo. Das ist die Tür zu der Pharmazie. Wir sollten da können, die Pils für Larry finden. Die Schläge sind auf dem Zambi in der Straße. Ja, und deshalb möchte ich jetzt den Stock haben. Damit ich mir den Zegelstein holen kann. Damit ich irgendeine Scheibe einwerfen kann. Oder nicht. Naja, aber ich würde dann sagen, ich beende hier auch mal den ersten Part. Weil ich habe keine Ahnung, was ich momentan machen soll. Und ich hoffe, dass das Player gefällt euch. Okay, das ist wahrscheinlich der erste Part. Das sind wahrscheinlich die ersten zwei, drei, keine Ahnung, gleich aufgenommen. Vielleicht auch vier. Ähm. Das sind auf jeden Fall die ersten Parts. Die erste Session. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Beziehungsweise die Videos. Ich bin ein bisschen dumm gerade. Ähm. Bis zu den nächsten Videos. Haut rein und ciao Leute. Und ich hoffe, The Walking Dead gefällt euch. Weil ich fand das Spiel euch schon ganz ansprechend. Also ganz nett. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.